Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich male mir ein Gesicht und ich hatte euch ja gesagt, dass ich aus meinem Projekt die Sachen benutzen werde heute. Oder ich hatte es mal erwähnt gehabt. Und wir testen eine neue Lidschattenpalette. Ich habe sie schon mal getestet. Allerdings hat mir die Videoqualität nicht so gut gefallen. Und ich habe die intensiven Töne benutzt. Das heißt, ich habe hier fast alle benutzt. Außer den Rot. Ich wollte mich heute aber eher in dem Nude-Tönenbereich aufhalten, weil ich gedacht habe, das ist eine gute Idee. Wir fangen allerdings an mit zwei Produkten, die nicht aus meinem Projekt sind, aber fast sich dem Ende neigen. Zum einen der Your Better Work Proof Primer. Und den trage ich mir auf. Den finde ich ja wie gesagt spitze. Und ich habe noch ein Backup. Und bevor ich das andere jetzt anfange zu benutzen, aus meinem Projekt, möchte ich das hier einfach ehrgeizig lehren. Ich weiß, weil man Projekte macht. Deswegen kommen auch keine Schminkkörbchen gerade. Zum einen bin ich wirklich in der Sommerpause. Es ist manchmal so heiß, dass ich mich eben nicht schminke oder auch gar keinen Bock dazu habe, so zu schwitzen. Deswegen schminke ich mich nicht. Und ja, macht das Sinn? Ja, macht auf jeden Fall Sinn, denke ich. Und ich habe kein Tuch. Ich benutze jetzt einfach mal die Denkmit-Reinigungstücher für die Oberflächen. Für meine Hände. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn meine Hände so voll sind. Und das lasse ich mal kurz einwirken. Da ist auch ein Lichtschutzfaktor von 20 drin. Und ich finde das ganz in Ordnung. Ich muss sagen, man braucht eigentlich gar nicht so viel, wie ich jetzt gerade benutzt habe. Wenn man aber die 20 plus, oder 20, Lichtschutzfaktor 20 erreichen möchte, dann braucht man schon den vollen. Da ist mein Freund. Zack. Und ja, Your Better Work Proof Primer von Essence liebe ich und benutze ich auch super gerne. Der im Projekt ist auch toll. Wie gesagt, da ist auch nur noch die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte drin. Den finde ich auch gut. Aber ich bevorzuge den. Dann habe ich noch eben was aus dem Projekt, was nicht in dem Projekt ist, so rum. Und zwar ist es von Essence. Das ist die Fresh and Fit Awake Makeup. Ich habe das mir abgefüllt gehabt oder die letzten Reste rausgekratzt, weil ich nicht in meinem Video rumkratzen wollte. Und das trage ich jetzt erstmal großflächig auf. Ich muss sagen, das ist eine Foundation, die ich wirklich liebe. Und da kam noch einiges an Produkt raus, wie man sieht. Und ich habe das jetzt einfach in den Tegel von Nivea reingepackt. Von der Nivea Glow Cream, die ich sehr, sehr liebe. Werde ich mir auch definitiv, wenn ich einiges aufgebraucht habe und es sie dann noch gibt, dann kann ich sie mir zum Leben. Und davor macht es wenig Sinn, alles in die Schublade zu lagern. Ich muss sagen, sie macht wirklich einen richtig tollen Effekt. Ich muss sagen, die Dior R Foundation gefällt mir noch ein Ticken besser, weil sie sich einfach so schön auf die Haut legt und sich gut verbindet. Und es gibt so ein, ja, so ein angesprühtes Finish. Ich liebe diese Foundation einfach. Davon habe ich auch noch ein paar, von daher, selbst wenn ich keine davon hätte, würde ich sie mir nicht nachkaufen. Ich würde erstmal gucken, was ich alles daheim habe. Ich habe ein Hexenhaar wieder. So, ich hole den Concealer, den ich vergessen habe. So, ich habe den Concealer von L'Oreal jetzt 24 Stunden offen gehabt, damit er einfach ausdünsten kann. Dann wird die Konsistenz etwas fester, damit ich ihn auch verwenden kann, weil ich finde ihn sonst einfach zu flüssig. Ich glaube, ich habe ihn sogar einen Tag länger offen gehabt. Und ich mag einfach die Konsistenz, wenn sie etwas zwischen flüssig und etwas fester ist, lieber. Heute will mein Make-up nicht sich so richtig mit der Haut verbinden. Ich habe hier so Babyhaare. Dann tue ich mein Creme-Produkt benutzen. Und zwar ist das dieser Creme-Stick von Essence. Damit er auch mal leer geht. Da ist auch, wie gesagt, das ist ein Geschiss hier. Und das verblende ich normalerweise mit so einem Pinsel. Der ist jetzt von Real Techniques. Ich habe nicht mehr so viele Real Techniques Pinsel, weil ich nicht so viel davon halte irgendwie. Sie sind mir einfach zu synthetisch. Also ich mag so Echthaar-Gemisch. Also synthetische Haare und auch Kunsthaare, weil ich finde Echthaare, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe einfach hier zu viele Haare. Aber ich finde das schön. Wenn es so ein bisschen Sonnen geküsst ist. Die Sonne, die Sonne. Dann benutze ich ein Puder. Da ist der Rest vom Fest. Ich kann das immerhin aufgebraucht. Das ist transparent. Gibt aber so einen leichten Pfirsichtton, finde ich. Ganz, ganz minimal. So ganz richtig transparent finde ich das nicht. Und der Rest. Das hätte ich mit meinem Puder. Aus dieser MAC-Palette. Ich habe die Dinger jetzt rausgeholt. Vielleicht mache ich noch ein Hit-to-Pan-Video. Also mit meinen Hit-to-Pans. Das hat die Melanie gemacht. Das finde ich auch immer super interessant. Ich brauche ein bisschen Video-Material, wenn ich nicht da bin. Ja, ich filme mit Tageslicht. Also das Ding ist leer. Ich kriege aber auch... Ah doch. Ich dachte, das geht nämlich nicht auf. Da ist nämlich noch ein bisschen drin. Das ist so fein. Das staubt jetzt echt in der Gegend. Dann benutze ich mein Blush, was auch im Projekt ist. Aber ich benutze es auch so täglich, weil ich es einfach schön finde. Wie gesagt, ich brauche eigentlich keine 20.000 Blushes in der Sammlung haben. Ich brauche definitiv ein Fixierungspuder. Ich hoffe, ihr seht nicht, wie cakey ich eigentlich aussehe. durch dieses Puder, wie sich das auf die Haare gelegt hat. Dann würde ich sagen, prime ich kurz meine Augen mit der Essence I Love Colorfying Intensifying Eyeshadow Base. Und ich ziehe meine Augenbrauen schnell nach. Auch mit dem Produkt aus dem Projekt, den Stift, der auch im letzten Projekt war. Und dann komme ich wieder zu euch zurück. So, meine Lieben. Ich bin jetzt soweit. Ich habe meine Augenbrauen gemacht. Ich finde, wenn ich lächle, habe ich doch durch den ganzen Concealer, Gedöns, Foundation und sowas schon des Öfteren mal hier so Fältchen. Was mir natürlich über den Tag über ein bisschen nicht so zusagt. Ich muss auch sagen, wenn ich dann schlafe, also wenn ich mich dann hinlege mittags mit meinem Sohn und außerdem einpennen, weil ich ihn hinlegen möchte oder er sich hinlegen möchte, weil er müde ist einfach vom Kindergarten, dann zieht sich das bei mir allzu runter. Ich werde euch irgendwann mal, wenn ich schaffe, einen Screenshot drüber machen, wie das dann aussieht. Ich packe mir ein bisschen Lippenöl drauf. Das ist aus dem Projekt auch. Ihr seht, es ist noch einiges drin. Ich habe das erst zweimal verwendet. So richtig, ich finde, es ist ein schöner Alltagstorn, aber so richtig kann ich euch nicht sagen, ob das, das war's. Das liegt ja da unten. Wir fangen an mit der Palette zu arbeiten. Life is the Dark von Luna Beauty. So sieht das Ganze aus und so sieht es von außen. Ich muss sagen, die Verpackung ist cool. Mir hätte das besser gefallen, wenn es ein bisschen schmäler ist. Also ich finde, das ist oftmals viel zu lang und oftmals viel zu dick, die Paletten. Die können sie auch schön verpacken. Also hätten die das jetzt hier abgeschnitten und hätten einfach den Pinsel weggelassen, wäre es trotzdem eine wundervolle Palette gewesen. Aber gut. Man kann halt nicht alles am Leben haben, würde ich sagen. Wir fangen an mit dem mittelbraunen Ton. Ich gucke mal, ob da noch Produkt drauf ist. Ich benutze meinen uralten Sigma-Pinsel. Der ist schon 10 Jahre alt. So ungefähr 9,5 würde ich sagen. Ja, doch nur 10. Meine Tochter war ungefähr ein Jahr oder so 9 Monate, als ich den gekauft hatte, dieses Pinselset. Das war mein erstes hochwertiges Pinselset und ich habe es geliebt. Und ich habe es niemandem gegeben, um sich zu schminken. Nur besondere Menschen. Ich gehe in den mittelbraunen Ton und trage mir das jetzt mal in der Lidfolde auf. Und eigentlich mehr darüber hinaus. Ich habe mein Lid jetzt nicht gesettet, weil wir jetzt mit Brauntönen arbeiten. Und die wahrscheinlich eh nicht ganz so intensiv sind. Wunderschön. Wunderschöner mittelbrauner Ton. Ich kriege auch mittlerweile auf den Augenlidern Sommersprossen. Aber ich denke, weil da kein Sonnenschutz drauf ist. Mir drehen nämlich unheimlich die Augen, wenn ich Sonnenschutz in die Nähe auftrage. Also ich spare mir dann immer diesen Bereich aus. Duschgel in Massen. Wie wenig ich brauche. Ich werde heute ein Update drehen und direkt hochladen. Ihr werdet natürlich dieses Video erst danach irgendwann sehen. Macht ja wenig Sinn. Ein bisschen Schminkie drüber zu zeigen. Und ja. Dann nehme ich einen kleineren Pinsel. Ich benutze jetzt erstmal einen fluffigeren, aber etwas spitz zulaufenden Pinsel. Und gehe in das Braun hier. Das ist so ein mittelbraun-rot. Würde ich sagen. Und trage mir das. Mega Pigmentierung, sag ich euch. Das ist eine, ich finde, eine super gelungene Palette. Gerade mit den ganzen Farben dran. Also ich wollte ja eigentlich, ich packe meinen Koffer für den Urlaub. Also klamottentechnisch nehme ich eh nicht so viel mit. Weil ich ja noch zwei Kinder im Gepäck habe. Ist mein Klamottenzeug egal, weil ich kann auch noch was von Mama anziehen. Aber die Kinder, vor allem mein Sohn und meine Tochter, die tragen ja täglich irgendwas. So. Also ich finde es wunderschön von der Farbe her. Ich würde mir tatsächlich die Marvin Magnificent, oh, das war jetzt glimpfig, davon gekommen nenne ich mal, Palette tatsächlich zulegen. Aber im Moment nicht. Ich benutze nochmal den mittleren Ton mit demselben Pinsel und versuche mir das hier so ein bisschen auszurauchen. So, dass es halt eben, dass es nicht so scharfkantig ist. Und benutze wieder den mittleren, also nicht den mittleren, sondern den dunkelbraunen Ton und verblende mir das hier. Ich bin zu weit oben. Das gefällt mir dann als nicht, wenn ich zu weit an der Augenbraunen hier arbeite. Das finde ich nicht schön bei mir. Das drückt dann alles nur so. So. Genau. Okay. Dann benutze ich einen kleineren Pinsel. Das ist die 231. Und gehe in den weißen Ton rein. Und trage mir den in den Innenwinkel auf. Weißes finde ich auch immer schwierig zu produzieren. Also oftmals kriegen die Leute das einfach nicht hin, die die Paletten rausbringen, ein sattes weißes Schwarz hinzubekommen. Aber ich finde, weiß wird ganz oft bei so Dark, Drake, Drake, Dark, Dark, Dark Make-up benutzt. Und von daher, ja, hält meine Lieder schön auf. Und dann gehe ich, glaube ich, in den, ist der dunkler? Ich würde sagen, er ist halt einfach kühler von den Farben her. Das sieht man, ich habe jetzt bisher das weiß hier benutzt, das mittelbraun, das hier. Und jetzt bin ich da rein. Und trage mir das jetzt hier so ein bisschen kühler halt auf. Und erst, wenn ich alles weggefegt habe, dann sprühe ich mir Fixierungsspray drauf. Davor macht das wenig Sinn. Auf meinen Augenlidern möchte ich, ich habe hier meinen liebsten Pinsel schon frisch gewaschen, da stehen. Das ist übrigens der W7. Der kriegt einfach Schimmerpigmente wirklich gut raus. Ich möchte jetzt den Teil hier, und das ist so ein Drittel, äh, zwei Drittel meines Liedes, bepinseln mit der Farbe, mit dieser hier. Das ist, ich weiß es nicht, wie man das beschreiben soll, ein Champagner-Rosé mit Glitzerpartikel. Das sieht unheimlich schön aus. Meine Waschmaschine hat wieder so gemüffelt, ne? Ich glaube, das kommt von diesen Weichspülern. Ich habe jetzt mal mit Essigwasser sie laufen lassen bei 90 Grad. Das ging jetzt. Ich hoffe, die Wäsche duftet wieder gut, weil je öfters ich sogar Weichspüler reinmache, je ekliger wird das. So. Ich muss sagen, es ist ein wunderschöner Alltagslook, der unheimlich ein bisschen schmierig ist. Irgendwas gefällt mir hier nicht. Hier ist es auch die Ausblendung. Ich nehme komplett frischen Pinsel. Ich hasse es, so viele Pinsel für einen Look zu benutzen. Ich gehe nochmal in den hellen, in den Weißton rein und setze mir so ein bisschen unter die Augenbrauen, damit das so ein bisschen aufgehöhlt wird. Verblende ist. Und hier genauso. Fallout Ewing. Ich würde sagen, gar nicht so viel. Aber... Ha, 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 ha. Dann möchte ich so ein bisschen meinen Wimpernkranz verdichten. Und zwar benutze ich diesen Pinsel hier. Dann gehe ich in den schwarzen Ton rein. Dann ziehe ich mir noch ein Lidstrich. Ganz, ganz, ganz dünnel mit dem Lotti London Stem-Teil hier. Also so am Wimpernkranz entlang. Dusche meine Wimpern mit der Mascara. Dieser Lippglas setzt sich halt an den Hautstellen so komisch ab. Ich mache mal kurz die Palette zu. Dann kann ich ja ein kurzes Review geben, weil ich es ja schon zwei, dreimal benutzt habe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich schon davor benutzt habe oder nicht. So, ich muss eh heute noch einkaufen. Also passt das, wenn wir einen Look kreiert haben. Ich habe schon meine Frisürin, Freundin, Schrägstrich, meine Haarspezialistin gefragt, ob sie mir meinen Ansatz nachsträhnen kann heute. Und gern so in den Urlaub fahren, aber wenn sie halt keine Zeit hat, dann bleibt das halt so, bevor ich wieder irgendein Experiment mache und das eh in die Tonne geht. Und Frisür kann ich mir dazeitig nicht leisten. Ich finde es einfach abnormal, wie teuer das ist. Natürlich ist es die Arbeit wert, aber ich persönlich kann es mir im Moment nicht gönnen, zum Frisür zu gehen. Es steht der Geburtstag meines Sohnes zum Beispiel an, dann steht die Fahrt nach Hamburg an. Dann brauche ich ja auch noch dort ein bisschen Überlebungsgeld shoppen, wird nicht so sein. Vielleicht werde ich den Kindern neue Schuhe kaufen, meine Tochter bräuchte neue Turnschuhe. Sie hat ein paar letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und das hat sie ja nicht benutzt. Dann hat sie jetzt zu Ostern welche bekommen, die trägt sie gerne, das sind Adidas. Meine Tochter ist wirklich so ein Markenkind geworden. Ich mag Adidas Nike. Was soll man da machen, kann ich ja nachvollziehen, das sind ja die meisten dann. So, ich fixiere jetzt noch nichts, ich lasse das so. Bei mir, ich muss da nichts fixieren. Ich fege mir den Schrott hier weg, der runtergefallen ist. Highlighter habe ich derzeit hier in Verwendung. Das ist von Models Own und ich benutze den rosigen. Sehr, sehr cremig. Und ich versuche das mir hier so wie so eine Art Blush drüber zu geben. Blush Highlighter, so alles in einem. Mein Freund hat heute wieder eine Knie-OP. Je schöner man es ausblendet, je flächiger wird das. Das sieht einfach klasse aus, finde ich. Keine Ahnung, was das ist. Komm weg. So, ich finde das gut. Kann ich mir gut vorstellen aufzubrauchen, aber nicht mehr nachzukaufen, sowas. So Creme-Geschichten nutze ich seltenst, weil es einfach die Foundation kaputt machen kann. Ich habe hier auch so eine kleine Lücke, die aber jetzt nicht großartig auffällt. Jetzt nicht, wenn ich feiern gehen würde, würde ich Creme-Highlighter drauf machen. Man schwitzt doch eher mehr und... Ne, macht wenig Sinn. Das ist jetzt aus meinem Projekt. Da sind noch einige andere Dinge drinnen, die ich einfach alltäglich nutzen möchte. Ich benutze jetzt zum Beispiel noch ein Augenbrauen-Gel. Ich filme hier am Fenster und meine Nachbarn könnten direkt eigentlich sehen, dass ich filme. Was sehr unangenehm ist. Das wäre es. Ich möchte jetzt nichts verschlimmbessern. Die Palette, die kann schon einiges. Ich finde einfach ganz, ganz toll, was für eine bunten Farben sie hat. Sie hat einfach sechs krasse Töne reingebracht und einfach acht matte. Dann gibt es hier zwei Schimmer-Topper. Weiß, was weiß ich. Das ist ein Topper. Das ist eine Schimmer-Geschichte. Ich muss sagen, mir gefällt die Palette persönlich sehr, sehr gut. Ich würde sie mir tatsächlich nochmal kaufen, weil ich sie einfach nutzen werde. Schaut mal, einfach die Pigmentierung. Auch die Matten. Ich habe damit ein Instagram-Bild geschminkt. Sie sind nicht nur geswatcht gut, sondern auch nicht geswatcht. Ich swatch nochmal das Gelb und das Pink. Die Töne haben wir heute nicht benutzt. Von daher, ja, also absolute Kaufempfehlung von mir, von meiner Seite. Ich werde sie auf jeden Fall nutzen. Ich finde, sie lassen sich gut verblenden. Es gibt nichts auszusetzen. Somit schließe ich das Video jetzt ab. Ich mache jetzt nochmal mein Projekt aufbrauchen. Update mein erstes. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao, ihr Lieben. Ich wollte nochmal was kurz dazu sagen. Ich hatte jetzt zweimal Pinke, äh, zwei Tage lang Pink. Ich habe ja die krassen Farben benutzt. Trotz Eyeshadow-Base hat es meine Augenlider mit eingefärbt. Ich war hier komplett Pink, zwei Tage lang. Es hat sich jetzt wieder gelegt. Das wollte ich noch kurz anmerken. Ansonsten gibt es nichts auszusetzen von dieser Palette. Sie krümelt nicht überwiegend viel. Sie gibt ein schönes Farbergebnis und absolute Kaufempfehlung. Und vor allen Dingen das Packaging. Es ist genau meins. Also, diese Augen. Ich liebe Augen. Ich habe früher ein bisschen rumgemalet. Nur so ein bisschen, äh, nichts, nichts Spektakuläres. Wirklich keine schönen Bilder. Aber mich haben Frauenkörper zum Beispiel sehr fasziniert. Und auch Augen. Ich finde, Augen sind super interessant an Menschen. Und ja. Dann sehen wir uns einfach das nächste Mal. Ciao, ihr Lieben.